Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danimo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of XLR Part, was weiß ich. Ja, ich habe wieder aufzugehen, ein ganz kleines bisschen trainiert und währenddessen sind wir wieder ein paar Skits aufgeploppt und wie gesagt, das Gute an diesem Spiel ist, die könnten mal wieder angeguckt werden, das heißt, selbst wenn welche aufploppen und im nächsten Part nicht mehr, ich kann sie immer noch im Archiv abspielen, aber erst mal überrascht. Hey, where'd the honor student go? Looking for me? How'd you get behind me? So even a mercenary can get taken by surprise. Didn't your mom teach you it isn't polite to sneak up on people? It's like you vanished without a trace. Did I? I just move in opposition to my foe and then circle around them. Like this. I ain't falling for that twice, kid. Huh? Where'd you go? Over here. Oh, how did you get there? So even the lord of spirits can get taken by surprise. That's impressive, but really unnerving. Yeah, it's especially creepy when you pull that move on a female opponent. Creepy? Hey, my special abilities is creepy? Also, dann haben wir mit der Umrundung zu tun. So, okay, dann habe ich mir auch gewollt, was das heißt, zurück zu printen. With this harmonical grass, print can heal the self, Jay. Yeah, let's hurry back to Fenmont. Oh, okay. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, wir können nur nach Fenmont zurück. Ähm. Soll ich jetzt zurückgehen? Äh, wenn ich jetzt wüsste, wo genau. Ja, ich glaube, ich habe in der Akademie irgendwie eine Studentenakademie, äh, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal mitten in der Story im Umweg. Weil es gibt darauf hingewiesen, äh, es ist die Schuld, es gibt. Äh, 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 wir sind wieder abgewichen. Äh, na gut. Äh, äh, Erfahrung genau. Nee, galt. Und zwar, acht Kämpfe, die Dinger, die Dinger, die Bon. Sollte ihr vielleicht erst mal essen? Ja, ein paar Level ab, das habe ich auch noch bekommen, habe ich da schon gesagt. Äh, 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 der Gehle, äh, der Gehle. Tau vom Wieso so super erstmal reinballern, dann die nächste kaufen. ja doch nicht doch hier mein gott wie abbleibt so noch prozent mehr kann halt kaufen auch einfach mal allein schon deswegen und jetzt hat sich der preis gesenkt ihr wollt mich dazu was von insekten sagt ja die lehle auf den bützern bloß okay wir warten dann ist noch aufgabe ich richtig frische 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 sagt dabei kaufe ich gar nicht irgendwelche erstes war sei es ja dreck man kurs von melder darf ich wahr sein so nicht heute nicht dämonen muss ich irgendwann mal aktualisieren die ganzen sachen so alle level 56 du bist auf dir genau aber immer so ich glaube wir können noch mal hier kurz ein knickerchen machen level up ist mein gott so wert ist ein level up freiwillige vor release ja aber nur vier komischer weil man soll hat weil das aus 25 geworden so erst mal der mann hat mir das tag wieder blieben auch cool also meine art heißt so weit wie schutzsänger wie aus final fans die herstellungsrate ist immer wohl jemand hat mal einfach so bei grenzüberschreitungen unsere bewegung um zehn klar und erweitert da wäre es jetzt am meisten oder cool noch luftkraft genau sagt und noch ein kaffee gewinnen aus der intelligenz der herr der geister kann nie intelligent genug sein ja ja ich weiß ehrlich gesagt nicht was ich mal bei solchen sachen hier sagen sollen bei also hierbei naja vorbereitungen fp damit und mein gott wetter also hier ein level ab ich hab nur zwei drei leute hatten so er kommt macht hat hier geht es zur nächsten stufe das ding ist schon gleich so groß bei der andere kann es sein heil und barland verbinden nämlich um 70 prozent seiner kp 2 dann haben wir erstmal das hier und stärke hier und da war's du hast fp bekommen gelise was kann man denn noch hier rückendeckung verhindern von hinten ja ja und ja ja warte mal ja so in den 2 und oder man noch sind wir schaden ein ding okay so wenn man hat wieder ledig schützt wachstum schutz und jude hat sich um so zufrieden jungen 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 Es sieht aus, dass er ein Freakish-Level-Header ist seit dem Tag er war. Ich würde das nicht sagen. Hahaha. Mua? Ich erinnere mich das erste Mal, dass wir uns treffen. Und wie du panischst, als ich dich in einer von Undin's Bubbles habe. Nein, ich habe nicht gehört, diese Geschichte. Na, komm mal! Niemand würde sich erinnern, wenn sie plötzlich enttäuscht von einem der Great Spirits. Er hat einen Punkt. Ich weiß, dass ich mich beeinflusst hätte. Was? Also bin ich ein Kind von Monster? Ja, warum müssen wir mal diese... Naja... Warte mal, wir sind doch wegen was ganz anderem. Wir sind hier, weil wir... Weiß ich nicht, Gras liefern müssen. Irgendwie so was. Irgendwie so was. So. Wer hat denn hier noch nicht aktuelle Sachen? Wow, du. Ein Kiefer. Ein Kiefer. Ich weiß noch, dass ich Zeifer aus Final Fantasy 8 mal Kiefer ausgesprochen habe, als ich ein Kind war. Nein, der Akku. Das heißt, ich kann noch eine Stunde mindestens spielen. So, wow, das ist sehr weit hinter. Und du auch, mein Gott, was macht ihr denn? Das heißt, der Schalkomfort. Ich trage übrigens auch, ja, Halstuch wäre nicht schade. Aber es ist das gleiche. Ich habe auch gerne schade. Was er von meinem Profi-Bild sehen kann. Äh, ja, wo ist der Typ? Wo müssen wir hin? Was habe ich denn noch mal hier angenommen? Ich weiß, ich kann mir noch nicht alles merken, Mann. Ich meine, ich merke mir doch schon so gut wie gar nichts. Da kann ich mir noch nicht noch weniger merken. Hahaha. Ich glaube, in der Akademie war jemand. Vor allem, da freut sich schon jeder. Jaja, da kommt jetzt, wahrscheinlich kommt jetzt voll über epische Szene da, wo ich aufgehört habe, letztes Mal. Wo wir jetzt eigentlich hin müssten und dann komme ich hier und gehe irgendwie in den nächsten Laden, kaufen ein paar Sachen und kümmere mich hier um irgendeine Quest, von der ich gar keine Ahnung habe. Achso, ja, der Vogel. Genau. Na, wir müssen ja den Piep-Max retten, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da kann ich mal fliegen und was weiß ich. Was zum Teufel? Ja. Ja. Ja, wir müssen uns raus gehen! Wir haben die Harmonik-Gress! Wir haben die Harmonik-Grasse! Agria! Was machst du hier hin? Was sind dir das so genannt? Ja. Hahaha. Schwönd. Das ist ein Klassiker. Wie Sie wissen, Prin? Denn sie ist die Liaison für uns Augeul-Spies. Frau Nadia? Oh, wer hat es gebraucht? Es gibt keine Kugeln für dich aus. Prin ist die Werteilung der Werteilung der Werteilung zurück zu Augeul. Ist das wahr? Es ist. Und diese Silph-Jay war deine Art von Kommunikation? Keine Werteilung. Wie fühlt sich das, Pimple? Wie fühlt sich das, dass du sehr gut versucht hast, um einen Spiegel zu helfen? Peeew! Nicht nur du bist von Hypokrasie, du bist auch dumm. Leia! Also ich konnte schon mal bauen, dass ich das nicht vorgesehen habe, dass ich damit nicht gerechnet habe. Ich würde zurückbleiben, wenn ich dich wäre. Ich würde mich nicht mehr auf dich. Ich würde mich nicht mehr auf dich verletzieren. Komm schon! Entschuldigung, ich wollte nur für alle deine Hilfe. Wenn du nicht die Harmonikation gebracht hast, Boa sterben würde. Jetzt wird er gut sein. Entschuldigung. Hast du eine Beziehung mit Agri... Rather... der Familie Nadia und der Haus Travis? Ich bin. Meine Mutter war ihre Nanny. Ich habe sie seitdem sie ein Baby gekannt. Also Agria wirklich ist eine Noblichkeit. Und ich bin sie durch. Ich bin, meine Mutter von Nadia und sie verletzt zu viel Abwech, wegen der Sache. The Travis family hat immer auf das Privilege geichert... sogar mit den Standardischen Schub an. Eventually Nadia's mother, the only support Nadia had, became estranged from the Travis family leaders. She died shortly after, and Nadia was convinced they had conspired to kill her. Is that why she became a spy for Azul? It's no excuse for selling out her country, but... Who could blame her at that point? I suppose what Rashagal was doing would be unacceptable in any country. Um, Prynne, is Bobo the name of that Sylph Jay? Yes, Miss Nadia named him herself. She's been taking care of him since he was an egg. She's always loved him. I see. Thank goodness he's okay. Even if Agria did laugh at me. I'm glad that Bobo's alright. Yeah, we all are. You really are exactly how Dr. Jude described you, Leia. Professor Doktor. Indeed, she inspires smiles wherever she goes. Okay, ein Psycho-Ring. Das passt ja perfekt. So, möchtest du ein Psycho-Ring, Elise? Oh, 15 schon. Ja, ich muss mich irgendwann mal dran setzen und die richtigen Sachen ausrüsten. So, wie komme ich denn jetzt am schnellsten wieder dahin? Na ja, Zugang zum Perseboror. Und ich bin wieder hier. Okay. Dann würde ich mal sagen, ja. Weiß nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Stelle genau hier. Würde ich mal sagen, dann gehen wir nochmal den ganzen Weg dahin. Mit weniger Gegnern und so weiter und so fort. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.